Hey Leute, wir sind heute wieder im Wilden Westen unterwegs, in Red Dead Redemption 2. So, und dann wollen wir doch mal schauen, was wir heute machen können. Vielleicht ein bisschen Nebenaufgaben oder irgendwie sowas. Ich wollte ja nochmal in die Stadt schauen, was da Schönes gibt. Wir haben übrigens gerade ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt, 5 Dollar. Und jetzt schauen wir doch mal, hier gibt es eine Kopfgeldjagd. Ob wir die machen können und ob wir jetzt angegriffen werden in der Stadt, mal schauen. Weil, wie gesagt, eben ein Kopfgeld ausgesetzt worden ist. Das haben wir in der letzten Folge gesehen. Da habe ich einen verprügeln müssen. Und ja, dann ist gleich ein Kopfgeld ausgesetzt worden. Und wir schauen nochmal. Ich würde jetzt nochmal schnell hier unten hinschauen, weil da habe ich nämlich die Schafgabe vorher gedootet gehabt. Ob es da jetzt nochmal eine gibt oder nicht. Oder ob die immer noch weg ist. Hier sind Schafgaben. So, okay. Dann gehen wir doch mal vom Pferd runter. Das müsste eigentlich die sein, die roten hier. Schafgabe, genau. Damit müssen wir jetzt alle haben. 6 von 6 gepflückt. Schafgabe wird zur Herstellung von Gegenständen benutzt. Die Gesundheit wiederherstellen. Benutze ein Lagerfeuer, um Schafgabe zu verarbeiten. Kräuterkenner 2 freigeschaltet. Pflück und probiere Bärenarten. Schauen wir doch nochmal hier. Meisterjäger, Bärenarten probiert, Hirschen gehäutet, Pokken gewonnen, okay. Probieren wir dann am Lagerfeuer mal aus, würde ich sagen. Aber jetzt nicht, jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir in die Stadt. Du hast neue verstärkte Ausbildung beim Trapper freigeschaltet. Wer ist denn Trapper? Trapper. Das ist die Lagerkasse. Schlachter, Vorräte, medizinische Vorräte. Trapper, da ist ein Trapper. Aber da muss ich nachher nochmal schauen, bitte. Also ich würde sagen, ab in die Stadt und wir schauen mal, was uns dort erwartet. Das ist ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir in die Stadt. Das ist glaubt, wir schauen mal, was wir sehen, was wir auf die Stadt. Ich muss den noch ins Gefängnis machen. Wenn ich da rein renne. Ich würde das nicht bezahlen müssen. Es muss irgendwie einen anderen Weg geben, oder? Dass man das wegbekommt. Vielleicht müssen Sie den Sheriff töten. Der Kopfgeld. Valentine Scheiße. 5 Dollar. Du hast genug Probleme gemacht. Du hast genug Probleme gemacht. Du hast den Dävel mehr gemacht. Wir sind in der Salon so. Nähe zu töten Tommy auf der Straße. Ich habe mich lustig. Komm schon. Es muss jede Nacht sein. In dieser Schiffhalle. Nur noch ein Respekt. Wir sind viel besser als du aus der Stadt. Wir sind viel besser als du aus der Stadt. Okay. Ruhig bleiben, brother. wenn unser Pferd auch sterben kann aber das probieren wir lieber nicht aus jetzt gehen wir mal ganz cool wie ein Cowboy hier durch die Straße ich schau mal ob der Sherrod irgendwo ist ich bin in der Armee ich bin in der Armee Rillum ich kann nicht stoppen Darn fool, hast du ein Problem mit mir? Schauen wir doch mal. Haben wir unsere Knifter auf jeden Fall mal mit. Schauen wir doch mal hier rein. Sheriff's Office. Schauen wir doch mal hier. Vielleicht ist es unser Mann. Du bist ein Bounty Hunter, Mister? Vielleicht. Es geht um. Ich denke, du bist nicht hier zu passen heute, turn dir selbst in, oder diskutieren die Finer Points der County Law. Dann muss ich nicht mehr mehr als das, bis ich habe eine Reise zu. Okay. Du riechst das? Das hier ist Livestock Town, Mister. Das hier ist ein Bounty Hunter. Das hier ist ein Bounty Hunter. Das ist ein Bounty Hunter. Das ist ein Bounty Hunter. Aber ich bin hier lange genug, dass du nicht ein Saint für einen Sinner holst. Du bringst mir was ich, und ich paye dir gut. Und ich werde keine Fragen. Also... was ist es du brauchst? Ich habe dir einen Blick auf das Poster auf dem Wall. Er ist ein Lowdown Huckster. Er ist ein Bounty Hunter, mit seinem Miracle-Kur, von hier in Ansburg. Er hat mehr als Land und Ricketts ohne einen Trigger zu holen. Er kriegt ein bisschen sicker Satisfaction aus. Der Filler hier in der Salon sagt, er dachte, dass er ihn von der Gorge gesehen hat. Du denkst, du kannst ihn in? Das Geld ist gut. 50 Dollar habe ich gerade gesehen. Ich will sicher, dass die Frauen, die er gewöhnt hat, verpensiert werden, bevor er sich schwingt. Ich werde sehen, was passiert. Gut Glück für dich. Cool. Machen wir. Machen wir. Wir brauchen ihn in die Wände. Das ist ein wichtiges Punkt. Er ist alive? Ich habe es. Der letzte bekannte Ohr hat die Person mit einem Totenkopf markiert. Schauen wir doch gleich mal. Da oben. Da schauen wir jetzt gleich mal hin. Da habe ich richtig Bock drauf, Leute. Untersuche die Schlucht. Machen wir. Da werden wir hier ein bisschen Kohle mitnehmen. Okay, Mann. Das ist so cool gemacht, die Stadt hier. Ich bin echt gespannt, ob es noch eine größere Städte und sowas gibt. Aber mit Sicherheit. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier alles ist. Oder von der Größe von den Städten. Ich habe mir die Mumpel raus hier. Schnauze. Ich weiß echt noch nicht, wie ich spielen soll. Ob ich da wirklich ein Arsch sein soll in dem Spiel. Oder ob ich der Gute bin. Aber eigentlich sind wir ja in so einer Bande drin. Und da ist man ja eigentlich nicht freundlich, außer zu seinen eigenen Leuten. Ja. Könnte man mal schreiben, wie ihr das so spielt. Aber eher der Rügere seid, rügere Part oder ob ihr hier alles wegballert. Da waren wir auf jeden Fall liebend. Oh, schaut das geil aus. Ich suche das Gebiet nach Hinweisen auf die gesuchte Person. Ich finde den gesuchten. Da hinten ist er, das schaut aus wie so ein Idealer, komm komm komm, zieh, zieh, zieh durch hier, komm, boah, geil, das ist er, wir brauchen den liebend. Nein, sag nicht, das war der gesuchte. Der gesuchte wurde verschreckt, ok, naja starten, wie krieg ich den denn? Ok, wie krieg ich den? Nochmal hier durch, komm. Hier. 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 Und jetzt muss ich noch mal schauen, auf der Karte oder? Aufenthaltsort der gesuchten Personen. Okay, dann muss ich nochmal schauen. Irgendwo hier muss er ja sein. Okay, ist der da oben, oder was? Was? Eine Piaffe zu vollführen? Halte den Dücke nach rechts oder nach links. Ach, die Scheiße, okay. So, jetzt gehe ich hier mal hoch zu dem. Das war auch der Falsche. Die hat's bloß abgehauen dann, oder? Nein, du willst rauslocken, hast du die Reservelocken? Ja. Meine Mutter ist wirklich leid. Oh, wenn das der Fall ist, wenn es für eine schwere Frau ist, dann wäre ich glücklich zu haben. Ich bin ein Healer, du wisst. Ein Medikator. Die beste Medikation in der Stadt. Du bist so weit, du fällst runter. Das ist so weit, du fällst runter, Mensch. Das ist ein Fehler. Keine Ahnung. Halt weiter. Ich schlau. Scheiße! Oh, oh, you saved me! Now, come on, buddy, let's make this easy. What, you're taking me in? It's just for questioning. Oh, hey, you saved my life! Ain't we had enough drama? I'd be better off jumping! They expressly told me not to kill you. Oh, this is about you. Don't jump! Or what? You can't shoot me! Please. I'll take my chance. Come here! Bye, friend! I really do not like you. But now it's going to be bad. Help me! I've got a cross! Swim to the edge! Er... Grab onto something! Hi! Don't you dare drown! Look out! The rapids! Hold your breath! Keep your head above water! Help! Help! Have you got a lasso? Yeah! Yeah! Hey, save me! Throw a rope or something, please! Got you now! Come here! Come here! Come here! Come here, go! There we go! Who made you, God, friend? I hope made you judge! Ich bin nur für Geld. Das ist sogar schlimmer. Ich bin sicher, dass es so ist. Alles klar, ich nehme dich in. Also, was hast du von mir? Ja! 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 Das ist ein schnelles Pferd, hä? Geile Sache! Das ist nicht notwendig, ich bin ein Medikator, ein Healer, es ist alles nur ein großer Fehler, ich fühle mich nicht sehr gut. Ich habe gesagt, dass du aufhörst. Wer hat dich verletzt? Ich bin nur für Geld. Ich fühle mich nicht gut. Du bist ein Mann, Herr. Du bist ein Mann, Herr. Oh, mein Gott. Hier geht's. Ich habe nicht erwartet, dass du so schnell zurückkommt. Frau Kallthorpe war... Ich glaube nicht. Ja. Ja, woher du siehst? Oh, es ist ein grosses Fehler. Ich habe das nie gemacht. Ich habe das nie gemacht. Ich dachte, ich habe gesagt, dass du aufhörst, Partner. Aber ich habe gesagt... 50 Dollar. Geil. Du kannst weiter Kopfgeld auf dich annehmen, indem du in der Stadt Steckbriefe ansiehst. Okay. Gibt es hier noch was? Gibt es hier noch was? Gibt es hier noch was dran? Ne, hier ist nichts dran. Wo gibt es denn diese Steckbriefe? Pst. Ja, okay. Pst. Du bist besser als civil, als du hier warst. Dann muss ich mal schauen, wo es hier so Steckbriefe gibt. Ich würde das nochmal sagen. Mann, ich will dich nicht. Wo ist mir ein anderes Pferd? Hier. Klingt, wie ich gehört habe, was du gehört hast. Ja. Der hat gar nicht mehr im Bogen. Da ist ein Steckbrief. Ne, oder? Ich kann den gleich ab. Okay, das hilft nicht. Wurde sie umlegen, alle. Das ist der letzte Mann. Es ist ihn. Ich hoffe, ihr seid bereit, zu sterben in dieser Stadt. Ich bin nicht mehr in dieser Stadt. Ich bin nicht mehr in dieser Stadt. Ich bin nicht mehr in dieser Stadt. Ich zahle keine 70 Dollar. Niemals. Ich bin nicht mehr in dieser Stadt. Okay! Oh, jetzt kommt ein Dispferd. Warum kommt denn Dispferd jetzt die ganze Zeit? Ich will ihn nicht. Da ist er. Mein Hüttehü. Mein Hüttehü, da bist du. Ja, brav. So, wir schauen jetzt mal, ob wir hier irgendwelche Steckbriefe finden. Wir binden das Pferd jetzt an. Okay, ist angebunden. Wo sind hier Steckbriefe? Help Wanted. Gibt es hier denn nicht auf der Karte irgendwas? Da sind Steckbriefe, oder? Das ist ein Steckbrief, oder? Das hier. Zeitungsverkäufer. Ne, das ist kein Steckbrief. Poker. Poker Villainy. Saloon. Gemischtlauenhändler. Postmacherei. Ask Insight. Help Wanted. Ask Insight. Wir sprechen hier drinnen, aber... Ah, normalerweise sind doch die Wanted-Dinger... Müssten doch beim Sheriff aushängen. Vielleicht hätte es die irgendwo draußen aus. Wir hinkt nüchst. Klumsiness ain't a crime. Hey, Mister. Was hat nüchst? Look out! Ne, weiß ich nicht, was es bei der Zeitung gibt. Kosten der Rotz. Nehmen wir die mal mit. Schauen wir, was da steht. How are you doing, friend? Wollt ihr eine Zeitung gekauft? Schauen wir doch mal, was da drinnen steht. Zeitung. Leeson. Eisenbahn, bla 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 bla. Ich würde jetzt gerne noch mal so ein Versteckbriefe machen. Also, es geht es um, weiter ab. Entschuldigung. Entschuldigung, was da drinnen steht? Wenn du in die Tür gehst... ...hier, küll dich. Es ist es so cool, wenn du hier über seinstest, was du hast, hast du dich nicht gemacht. die gar nicht Geh, wenn du das Pferd mal striegeln durchs Wasser rennst. Oh dear, krass, was Neues? War das vorher schon da? Ich sehe hier keine Steckbriefe irgendwo. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Aushang oder sowas. Ich bin überrascht, wenn du das Gesicht schäuern. Ich bin überrascht, wenn du das Gesicht schäuern. Ich bin überrascht, dass du das Gesicht schäuern. Das ist gut. Come on open up. There you go. Keep the people safe. Better I'll be there. Yeah. You see those Garnix. Oh, man. Jedes Mal mache ich denselben Fehler. Mr. Ich renne mal ins Wasser rein. Unser Pferdl sauber machen. Striegeln kann ich gar nicht raus. Komm, gib mir mal ein paar Kekse. So, dann schauen wir doch mal auf die Karte. Was wir noch machen können. Ich weiß jetzt bloß nicht, wo das... ...binde Steckbriefen war. Zeitungsverkäufer. Saloon. Hier können wir übernachten. Gemischt Warnhändler. Arzt. Temporäres Pferd. Aufführung. Postkutsche. Kehre gegen eine Gebühr an einen früher bereits besuchten Ort zurück. Okay. So, jetzt haben wir hier eigentlich... ...unten etwa den komischen... Achso, hier kann ich Schnellreise hin machen. Okay. Komm, wir werden jetzt mal zu dem hier oben rennen. Flacco Hernandez. Okay. Okay. Ja! Wie geht's? Ah, jetzt geht's wieder in den Schnee. Ist wieder ein Robtier. Was ist hier los? Irgendwer hier. Komplett gegen den Baum gerannt. Tut mir leid. Wechsel deine Kleidung. Wechsel deine Kleidung um dich aufzuwärmen. Ich habe nichts zu wechseln. Das hilft nicht, hier müssen wir jetzt durch. Ich habe nichts zu tun. Ich habe nichts zu tun. Ich habe nichts zu tun. Geht schon weiter weg, ey. Ich habe nichts zu tun. Ich habe nichts zu tun. Ich habe nichts zu tun. Ich würde die Bergehebel auch nicht reiten, weil ich nicht weiß, wie ich da noch hinkomme. Da müssen wir ein bisschen in den Umweg gehen hier. Ach, die hätten wir eigentlich gleich mitnehmen können. Wenn wir die gleiche durchrennen. Jetzt machen wir uns bestimmt ein bisschen Zeit. Ich habe nichts zu tun. Okay. Okay. Easy. Okay, there. Yep. You have to sit down, don't you miss? Hey, who's that? You're in the wrong case, stranger. We're going to escape. You don't want to die for Hernandez, do you? Take me to him. I've got some questions to ask. Okay. If it's just questions, she's up in the cabin. Don't shoot this fool. She's having words with the boss. Okay. There are quite a lot of people here. Oh, will they go away? We're going to go away with the boss. Okay. 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 We're not yet at this. Let's go. What about me? Blacko Hernandez! I don't want any trouble. I'm here to speak with you. Ich bin der Kalle. Ich bin in der Hand. Ich möchte nur sprechen. Ich bin der Kalle. Ich bin der Kalle. Hier ist dein Geist. Ich bin der Kalle. Man nochmal. Das kriege ich irgendwie ganz dahinter gestiegen. Wie das funktionieren soll. Ich bekomme auch hier die Kalle. Ich habe aber auch den Kalle. das scheint besser zu sein aber könnten wir den behalten wir jetzt einfach mal können wir hier noch ein bisschen was mitnehmen ok das attribut der da überstimmt wie lange das der aktiviert lassen kannst ok premiumzigaretten ok wo sind die premiumzigaretten premiumzigaretten zigaretten bilder hier und drehen ok ok nochmal welche verblüffte erfindungen ok jetzt gibt es hier noch irgendwas haben wir doch jetzt eigentlich ne einen müssen wir noch finden schauen wir ob wir eine schnellreise machen können wo wir nicht den ganzen weg zurück galoppieren kd und zwar wollen wir bitte einmal mal das ist gesperrt warum warum ist die postkurze gesperrt vielleicht wenn es nacht ist vielleicht wenn es nacht ist ich habe jetzt die blöden kräuter da auch gefunden ich habe jetzt die blöden kräuter da auch gefunden haltbares anzeigen da haben wir gar nichts einmal ginsing einmal scharf gab da können wir arznei herstellen ok ok die batterie ist fast leer ich muss nochmal den controller wechseln gegenstand verwenden nö gegenstand lagern so zurück äh schlangenöl indianertabak brauchen wir du kannst den gegenstand sechsmal herstellen arzneimunition du kannst diesen gegenstand und 189 mal herstellen repetiergewehr munition herstellen machen wir da bloß eine kugel oder wie viel machen wir denn da achso ok zurück was können wir noch machen waffen jagd pferdefliegen können wir noch gar nichts machen vorräte auch noch nicht ok dann machen wir jetzt gar nichts weiter äh wir verlassen uns jetzt mal und herstellen kochen weg gehen ne ich wollte mich ausruhen und vorher ausruhen das ist alles jetzt oder was kann ich da gar nichts machen aber da können die könnte mich ausruhen ok ok so jetzt schauen wir nochmal auf die karte ob wir jetzt schon die postkutsche da benutzen können nein nein können wir nicht machen warum nicht 95 dollar sind sie doof das ist das ist das das ist das das ist das Bock habt, schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder ein. Würde mich sehr, sehr freuen. Gut, bis dahin würde ich sagen, ciao, ciao. Euer Andi. Gut, bis dahin.